Moin Moin, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Star Citizen schnelles Geld. Wir sind in der Live-Version 3.15.1. Wir sind gerade im Moment auf Lorville und zwar auf dem Messegelände. Wie ihr seht, stehen hier die Schiffe. Sie kann man sich noch mal ausleihen, wenn ihr sie nicht gerade noch in eurem Portfolio habt. Und dann solltet ihr sie noch mal für 24 oder 48 Stunden haben. Ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber es läuft ja noch ein bisschen und der Free Flight ist ja auch noch ein bisschen angegangen. Ich glaube irgendwie heute Abend war das, glaube ich, Ganze zu Ende. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, nutzt es. Ich gehe mal hier runter in den Keller. Dort sind noch Monitore. An diesen Monitoren könnt ihr viele andere Schiffe leihen. Und zu empfehlen ist natürlich, wenn ihr diese größeren Bounty Hunter Missionen macht, leitet euch oben Best in Show eine 600i. Damit könnt ihr eine Hammerhead auch wegballern. braucht zwar ein bisschen Übung, aber es geht. Und hier könnt ihr euch die 600i ein zweites Mal leihen, wenn ihr sie nicht gerade, also wenn ihr sie nicht schon habt. Das heißt, ihr habt dasselbe Schiff zweimal. Einmal in weiß, einmal in blau. Des Weiteren sind hier noch viele andere Schiffe, die ihr euch leihen könnt. Die ihr für die Mission nutzen könnt. Also alles Mögliche, was flight ready ist, ist hier zu bekommen. Und das solltet ihr dann auch nutzen. Mit den Schiffen wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich sagte ja, ihr könnt, wenn ihr in dieser Zeit gut geballert habt, gutes Geld machen. Nehmen wir mal an, ihr habt 1,4 Millionen gemacht. Und schauen wir uns mal die Rüstung so ein bisschen vorbei gehen an. Nehmen wir mal an, ihr habt 1,4 Millionen gemacht. Bleibt mal kurz so stehen. Und da könnt ihr dann natürlich mit diesem Geld, wenn ihr es gut anlegt, zum Beispiel für ein neues Schiff, viel damit macht. So, ich muss erst einmal kurz eine Seite aufmachen. Dann werde ich nämlich dann gleich den DPS-Kalkulator. Ja, so, da haben wir den DPS-Kalkulator. Ich zeige ihn euch mal eben hier im Firefox. So, das ist der DPS-Kalkulator. Hier vorne unter Hangar kann man seine eigenen Schiffe, die man hat, reinsetzen. Ich habe da auch die Prospektor für mich schon mal reingesetzt, weil ich habe 2,4 Millionen gut verdient. Das könnt ihr auch in der Zeit verdient haben oder vielleicht sogar noch erreichen. Eben halt noch ein bisschen ballern, ein bisschen Zeit reinstecken. Sollte es nicht gereicht haben für eine Prospektor, könnt ihr euch noch am Wochenende zum Beispiel ein anderes Schiff leihen. Wenn ihr die Zeit habt, das ganze Wochenende durchzuspielen, würde ich euch empfehlen, leiht euch eine Constellation Andromeda. Die habe ich hier jetzt mal reingesetzt. Wenn ich hier unten draufdrücke, geht das in den Rent-Katalog rein. Ich weiß jetzt nicht, ob die Rent-Summe angezeigt wird hier. Nein, hier wird sie nicht angezeigt. Aber an dem Monitor, wo wir da hinten eben waren, da wird die Leihgebühr für Andromeda angezeigt. So. Gehe ich da mal das wieder rausschmeißen. So. Kommen wir zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Nehmen wir an, ihr habt 1,4 Millionen. Er spielt. Dann empfehle ich euch, kauft euch hier eine Drake Cutlass Black. Da haben wir sie. Sie kostet 1,385 Millionen. Ist schon recht gut ausgestattet. Mit ihr könnt ihr Missionen machen, die ihr bis jetzt auch mit Aurora gemacht habt, aber bei den Bounties eben halt eine Ecke höher. Und zusätzlich könnt ihr mit ihr Rockminer, das Rockmining betreiben. Sprich, ich hole mal den Rock hoch. Und zwar Greycat, den günstigen von beiden. So. Das ist der Greycat Rock. Mit dem könnt ihr Steine, die auf dem Planeten bzw. auf den Monden sind, minern. Und damit kann man gutes Geld verdienen. Ist relativ günstig. Diesen Rock, den ladet ihr euch hinten in die Cutlass rein. Werde ich alles noch in einem gesonderten Tutorial machen. Und dann fliegt ihr los und sucht Steine zum Rockminern. Die andere Taktik ist es, ihr kauft euch eine Misk Cuspector. Dieser Vogel kostet ein bisschen mehr. Nämlich 2 Millionen hier rund. Ich klicke hier einmal drauf. Damit kommt ihr auf meine Karte hier vorne. So. Ich habe das Schiff schon zwar gekauft, aber ich habe es etwas anders ausgerüstet. Und um es zu zeigen, öffne ich das mal. Weil normal haben wir Bulwark als Schild. Ein Trommel als Powerplant. In den Cooler. Ein Snowfall. Und Goliath als Quantum Drive. Meine ist anders ausgerüstet, weil ich sie auf Stealth haben möchte. Um weniger Signatur insgesamt für die Gegner zu liefern, die vielleicht irgendwo über dem Mond rum kreisen und nach Minern suchen. So. Wie gesagt, ich habe hier jetzt ein Stealth Schild drin. Ein Mirage. Als Triebwerk. Also als Energiequelle. Stealth. Powerplant. Das Eclipse. Nightfall. Als Cooler. Auch als Stealth, wie man hier sieht. Und das Spectre. Quantum Drive. Auch ein Stealth. Die setze ich auch alle mal eben hier rein und klicke hier bei jedem einmal drauf. Warum ich das mache, erklärt sich gleich. So. Da. Und da. Und wie ihr seht, wird es hier oben immer kurz grün. Er schreibt es zu einer Karte. Jetzt gehe ich hier oben hin zu meiner Karte. Und jetzt habe ich hier vorne die ganz, das Schiff mit seinem Preis und die Komponenten, die ich kaufen möchte. So. Dann. Einmal close. Den Lancet Laser. Muss ich auch noch einmal zur Karte hinzufügen. So. Zack. Jetzt haben wir sechs Teile hier zusammen. Und jetzt haben wir den Endpreis, was uns das Schiff so kosten würde. Ihr könnt das Schiff auch nehmen. Ohne diese Komponenten hier zwischen. Allerdings den Lancet Laser, den empfehle ich euch. Weil das ist, ähm, sag ich mal so. Ich gehe mal kurz auf eine andere Seite. Weiß nicht, ob es jetzt so richtig geschrieben ist. Reddit Star Citizen Mining. Da haben wir es ja. So. Gehe ich mal auf den Link hier. Der sich dann auftut. Dort haben wir ein Bild. Hier sehen wir jetzt, da den Lancet 1. Das ist das für die Prospektor. Der Zweier, das wäre der für die Mole. So. Der 1er, der hat hier einen Wert von minus 75 Prozent in der Instabilität und in der Resistenz. Was uns das Minern von Quantanium erleichtert. Für diesen guten Boni, den er uns gibt, nimmt er uns aber auch Laser Power. Er hat nur 1400, aber nicht so schlimm. Steine, die ein 5000er Volumen haben, in der Masse, die, äh, kriegen wir gut gemeinert. So, den Laser, den können wir kaufen. Das sagt er uns. Port Olisar. Da sind wir dann nicht in der Nähe. Lorville könnten wir ihn kaufen, wo wir das Schiff aufkaufen. Oder aber nachher Arc L1. Da, wo wir Minern gehen wollen mit dem Schiff. So, zu kurz nochmal zurück zu dem Schiff und den Komponenten. Wir sehen ja hier vorne, da die Komponenten, da der Gesamtpreis. So. Ich gehe hier mal hin. Da nehme ich Lorville, weil da kaufe ich das Schiff. Jetzt schaue ich hier, dass ich hier in dieser Reihe so wenig unterschiedliche Orte wie möglich habe. Da haben wir Horizon drin. Da auch Horizon. So. Jetzt habe ich nur noch zwei Orte anstatt vier. Das heißt also, meine Route, die ich fliegen muss, um mein Schiff so auszurüsten, wie ich es haben möchte, ist wesentlich kleiner geworden. Ich fliege jetzt also mein Schiff nach oben, nach Everest Harbour, stelle es dort ab, Stories. Dort baue ich alles aus. Eben halt das Schild ausbauen. Dann das Power Plant ausbauen. Den Kühler. Das Quantum Drive. Und den Laser. Und dann, nachdem ich das ausgebaut habe, fliege ich mit meiner Aurora nach Horizon, kaufe diese Sachen. Beziehungsweise also, wenn ich dann am Flughafen angekommen bin, store ich mein Schiff und kleme meine Prospektor. Die kommt jetzt rüber und hat diese Sachen hier gar nicht an Bord. Aber die kann ich da hinten dann einbauen. Und der große Vorteil ist, ich habe die Originalsachen, die vorher eingebaut waren, in Lawville liegen. Und kann sie dort in anderen Schiffen verwenden. Das heißt, ich horte mein Zeugs auf einer Station, in einer Ecke und habe es besser zur Verfügung für mich. Das ist der Grund dafür. Ja, jetzt haben wir das Wesentliche auch schon auf die Schnelle erzählt. Wie gesagt, habt ihr das Geld dafür noch nicht zusammen, dann könnt ihr gut noch etwas Minern gehen. Nicht Minern, sondern etwas Bounty machen. Dann hinterher, wenn das Geld reicht, für die Prospektor, habt ihr eine sehr gute Geldquelle im Spiel, um euch alles mögliche erspielen zu können. Und sollte es nicht für die Prospektor reichen, sondern nur für die Cutlass Black, habt ihr ein schönes Schiff, mit der ihr euch auch eine Prospektor erspielen könnt. Und solltet ihr noch ein bisschen weniger Geld haben, könnt ihr euch über das Wochenende, zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, die Andromeda-Line. Und ihr geht schön mit der Constellation auf Bounty Hunting und wenn ihr richtig schön Zeit am Wochenende habt, könnt ihr damit gut Geld machen. Ihr macht damit das 2-3-fache in einer Stunde, beziehungsweise also an diesem Wochenende definitiv von dem, was das Schiff kostet. Also ihr habt da echt eine gute Verdienstquelle, so ungefähr 120.000 in einer Stunde ganz gemütlich möglich mit den Aufträgen für North Rock. Und das ist relativ einfach. Ja, ich hoffe, die Infos konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Es geht weiter, indem ich die anderen Guides erstelle, eben halt das Rockminern und das Minern mit der Prospektor auf dem Planeten. Ja, und ansonsten werde ich also in dem Mittagspausen streamen, wie gesagt, Minern gehen in der nächsten Zeit, um schön viel Füllmaterial zusammenzukriegen, um daraus dann weiteren schönen und vielleicht auch lustigen, weil es passieren, garantiert irgendwelche Unfälle oder sowas, Tutorial zusammenschneiden kann. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, bei was jetzt auch immer, ob Fliegen, mit Bounty Hunting oder beim Schiffskauf. Habt viel Spaß, wie gesagt, und schaut mal wieder rein.